hallo und willkommen bei destiny blue stars grüßt euch heute geht es wieder in der großen arena wir sind jetzt in der zweiten runde ich habe ein hammer losgezogen ich zeige euch was ich da so gezogen habe also ich habe ragnasen gezogen was kann der so alles ich zeig euch was der so kann also mein gegner hat 12345 legenden jawohl aber das was hammermäßig es ist er hat 123456788 ganz viele neuner hat also die frage ist wer hier gewinnt naja die frage stellt sich eigentlich nicht also im grunde ist mein gegner mir dermaßen überlegen in flotte sowie auch bei den charakteren dass ich eigentlich gar keine chance habe die einzigste chance die ich habe ist er spielt nicht so dann zeige ich euch mal seine verteidigung also oben hat er stationiert partner jango nude und general grievous alles gegner die machbar sind natürlich einige neuner dabei aber dennoch machbar so unten hat er luke als legende natürlich kenobi legende maul mit vader lord vader meinte ich und natürlich kyle alles legenden alles relativ harte nüsse die ich nicht knacken werde mit meinen kleinen team oder mit meiner auswahl von legenden die ich gerade so habe so dementsprechend taktik also der gegner zeige ich euch ja auch noch mal ganz kurz er hat nur zwei teams bei mir angriffen bisher natürlich hat er die natürlich weg gepustet keine frage aber darum geht es ja nicht also meine einzigste chance zu gewinnen ist dass er nicht spielt ganz einfach kurz und knapp gesagt er darf nicht spielen dann habe ich eine schon zu gewinnen so also ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal an schon mal seine verteidigung zu knacken so ich würde sagen gegen die schöne partner nehme ich jetzt einfach mal mal achter siebener achter ich könnte aber auch ganz darf raven nehmen mit maul dann wäre ich vielleicht ein ticchen sicherer ich habe nun siebener ich habe keine ahnung mein siebener gegen eine achte partner und den ark achter durchhält keine ahnung also dann nehmen wir doch einfach mal schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal ich nehme ja wohl ihn hier mit so ist es so du fliegst raus und dafür nehme ich jetzt natürlich mein malack mit so und attacke wollen jetzt gar nicht so viel zeit verschwenden wir wollen jetzt durchmarschieren also dann hauen wir mal rein meine liebe pack mal ich möchte gerne gewinnen kann das sein dass das ein bisschen laut ist ein augenblick ich merke gerade dass es alles ein bisschen laut ist ich reduziere die lautstärke so getan so meine liebe pack mal goodbye so dann sollte das doch jetzt im sack sein jawohl okay erster sieg sehr schön wie gesagt ich komme sowieso nur oben durch deswegen kann ich jetzt die geilsten teams nehmen die ich sogar noch habe gegen mal zum beispiel als achter achter unten neuner kenderes kenderes ordo der natürlich auch wieder voll auf offensiv gemoddet ist mit neuner einfach eine granate das ist hätte ich auch gerne aber habe ich nicht so gut dann nehmen wir natürlich jetzt einfach mal eine legende von mir weil wie gesagt ich habe ja gar keine große hoffnung unten komme ich sowieso nicht lang gut dann nehmen wir jetzt die die meister kenobi okay so das war dir nochmal eins nice nice so zum glück hat er heilungsresistenz drauf dann kann ich zum glück schaden auf ihn machen auf ihn machen ansonsten hätte er sich nämlich jetzt wieder extrem geheilt so gut schadensimmunität auf moll und goodbye so irgendwie ist mir das noch immer zu laut hier gerade ich höre meine eigenen worte gerade nicht so das sollte jetzt besser sein so das war mein zweiter kampf mein zweiter sieg wir gehen zu der nächsten runde ich würde empfehlen ein neuner grievous ich bin glaube ich noch nie gegen einen neuner grievous angetreten ohne witz aber ich glaube mein achter yoda hat eine reale chance das werden wir jetzt einfach mal testen so als allererstes würde ich sagen machen wir t3m4 platz ich habe keinen bock dass er mich irgendwie schwächt danke daneben jetzt machen wir den ig 88 platt so und jetzt kommt der neuner grievous dran das war doch peasy easy sehr schön wunderbar es hat auch geklappt echt geil eigentlich keine überraschung ne nein eigentlich nicht so django neun bosk neun und sam acht mit omega ok dann nehme ich dann nehme ich einfach gas würde ich sagen ne gas 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 mit fives und wrecks und wrecks ich denke das könnte passen so gas hau ball bitte django weg boah das wird jetzt ewig lange dauern ne die mit ihren blöden bomben ach das ging jetzt wesentlich schneller als ich gedacht habe ehrlich gesagt danke danke so dann machen wir jetzt mal sam weg tschüss sikowski ok das hat auch gut geklappt würde ich sagen perfekt gas ist halt ne maschine ne so siehts aus sehr gut so da haben wir nude gundray mit alpha und b1 da würde ich damit wir dieses feld jetzt komplett ohne schaden abräumen oder ohne fail besser gesagt also ohne fehlversuch dann nehmen wir einfach die nächste legende die ich noch zur verfügung haben und zwar imperator des der jute der jute kriegst das schild dann darfst du ein bisschen saugen oder entziehen sehr schön toll machst du das klasse so du kriegst hier das heilungspaket und dann geht's ab hier mein freund bing 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 mach ihn fertig dass der watt nicht überlebt das ist mir schon klar mein guter der ewigen dann fangen wir an zu rösten so sehr schön dann haben wir die runde jetzt auch gewonnen und dann habe ich ja mein ziel erst mal erfüllt das gucken wir noch mal hinten mit den flotten was wir da so machen können eventuell kann ich ja die exekutor von den rausnehmen das macht er echt gut sehr schön hast du gut gemacht gut gut dann können wir jetzt nur hoffen dass ragnar nicht spielt dann haben wir zumindest ein feld weggeräumt so jetzt habe ich die möglichkeit zwischen also wie gesagt wenn mein gegner ragnar anfängt zu spielen dann überrollt er mich keine frage dementsprechend kann ich jetzt auch gerne mal probieren mit einem guten konter hier ihn zum beispiel dann nehmen wir das imperium und zwar den thai jäger so dann gehen wir auf die separatisten nehmen unseren hyänenbomber unseren bolcher dream die ganze genusianer bande und zum guten schluss nehmen wir natürlich noch von der alten republik unseren händler haben wir das einfach mal weil wir haben ja sowieso nicht zu verlieren so ich glaube das ist eher so ein 50 50 konter ich habe leider nichts anderes und kontern also erster angriff schuss wie immer mit dem special auf bosch so natürlich bei der feuerkraft war das zu erwarten so jetzt kann ich im prinzip machen was ich möchte das bringt so oder so nichts dann schießen wir einfach mal die wolter dream dahin er verteilt auch noch mal danke so jetzt kommt der wichtige schritt und zwar der spion so der spion darf jetzt natürlich provozieren verteilen 50 50 zahner du wer geil alles andere wäre schlecht weil die razor quest kriege ich glaube ich nicht raus aber zahner du würde ich super rauskriegen also drücken wir mal die daumen du die nur du doch jetzt kann man natürlich sagen ptchgoud ne so sieht so leider aus ok dann Das war's. Das war's. Ganz knapp. Habt ihr das gesehen? So viel hat gefehlt. Da hätten wir sie rausgehabt. Jetzt war's das. Jetzt hab ich keine Chance mehr. Jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ich werde nicht mehr gewinnen. Vielleicht krieg ich ja noch... Ich hab mal eine Ionenkanone gestartet, aber mehr auch nicht. So. Ja, ist mir schon klar. Ja, ist mir auch klar. Oh, der hat Schaden. Der hat Schaden gemacht. Ja, so sieht's aus, ne? Wenn man nur 8er und 9er als Gegner hat. Oh, 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 oh. Ja. Okay. Das war leider nix, ne? Sorry. Tja, so. Jetzt hab ich noch ein starkes Team. Ein starkes Team. Jetzt nehme ich jetzt einfach mal die Galaktische Republik. Und dann versuchen wir Nego gegen Nego. So. Nehmen wir Rexy mit. Dann können wir Nehmen Rexy mit. Schauen wir mal, ob wir diese Runde schaffen. So, dann. Danke, danke, danke. Das war ja nice. Das war nice. Das war nice. Wir holen ihn rein. Dann hab ich zumindest noch einen Tank, der provoziert. Der ballert den jetzt weg. Bingo. Kannst gerne ihn heilen. So. Wunderbar. So. Okay. So, dann War's das Für meinen Gegner Sehr schön Ein Sieg zumindest Naja Die Bomben, die bringen dir auch nichts mehr Gut, wunderbar, sehr gut Sehr, sehr, sehr So, was könnten wir jetzt noch probieren Ich könnte natürlich gerne Tron noch ausprobieren Aber ich bin mir eigentlich sicher Dass es Nichts wird Weil, ihr seht, ich hab nichts mehr Also, nichts mehr, was wirklich Sinnvoll wäre Wir probieren es einfach mal So sieht's aus Also Schauen wir mal, ob wir gewinnen Ich glaube natürlich nicht So Wen Könnten wir Ja, 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 ja So, Mädel Was hast denn du überhaupt drauf Ich hab keine Ahnung Wow Wow Das war ja Das war ja Das war ja der Hammer Ich, äh, ja, ja, ja Und es ist positiv für mich ausgegangen ist Und es ist positiv für mich ausgegangen Somit habe ich jetzt den zweiten Sieg im zweiten Spiel Und ich freue mich darüber natürlich So, dann könnten wir jetzt auch die dritte Runde direkt anfangen Das mache ich jetzt Ich nehme das Spiel jetzt noch auf Und dann sehen wir uns im dritten Spiel Bis dann Bis dann